Das ist wohl mein Geist. Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir lenzen hier immer noch ab. Im Riot Club. Aber wir haben was zu tun. Von daher. Mal schauen. Ob wir irgendwas rausgehen können. Ob wir irgendwas rausgehen können. Ob wir irgendwas rausgehen können. Hey, Linda. Champagne in the VIP room. Stat. Okay. Just let me give three there check. Busy night, huh? Real busy. Yeah. You're looking to spill your sorrow, this ain't the time. Nice tunes. Good work, music. Yeah? Wouldn't know. I've filtered out music in other ambience since I started here. Be deaf already if I hadn't. Hmm, praktisch. Looking for Liam. Liam Northam. Ah, that one. Fuck. Can't stand that gunk. Bad tipper? Uh-huh. Plus he's a jackass. Output's even worse. Output, huh? Hmm, interesting. Anyway, where's he at? You know I can't tell you that. You know I can't tell you that. It's important. Sure it is. You don't look like someone gets caught up in bullshit. But I can't. Seriously, sorry. I can't tell you that. I can't tell you that. Look, I'll pay. Make up for all those bad tips. Yeah, cool. In the VIP room with some new output. Or to champagne, so it's a party. But, um, you didn't hear it from me, yeah? Sure. I'll give you all this card. Aha. Why are you so obsessed with me? Wait. Oilers. Mitarbeiter-Ausweis-Zugangskarte ermöglicht klug Mitarbeitern-Zutritt zum Backstage-Bereich. Hey. Schön. Haben irgendwie alle Angst vor uns? Kann das sein? Could you stop following me? Take your sexy ass somewhere else. Okay, wait. Backstage-Bereich. So, da unten gab's ja... Okay, I need you to roll. So, I'm together with the premiere. Looking for Liam. Liam Northam. Know him? Could say I know off him. What about him? See around? So, I'm drive up to the door, but that was like half an hour ago. No idea now. Side-year. Zwilling new. Staff only. Staff only. Oh. Darf ich hier rein? Und dabei draus weiss nochmal. Electron. Take your sexy ass somewhere else. Okay, wir hätten uns hier auch einschleusen können. Aber hier geht's nicht mehr weiter. Und dann hätten wir den... Hätten wir die Zugangskarte bekommen. Wieso läuft jetzt die schon wieder raus? Ab die Toilette. Ah... Äh... Are you... Wow. You are... Aren't you? Ja, ja doch. Ja. Sorry. I don't talk to strangers. Okay, das ist ein bisschen weird, dass hier... Die Letztwilligen sind. Why are you so upset? Obsessed with me. Aufzug. Wo geht's hier denn hin? Erdgeschoss. Okay, es wird spannend. Die Symbole werden interessanterweise unten angezeigt. Sollen wir eigentlich hier rumschleichen? Vielleicht, ne? Obwohl, wenn es jemand sieht, dann ist es eh... schon zu spät. Gewaltsam öffnen. Hm. Der VIP-Bereich wird ganz woanders angezeigt. Das war eine große Phase. Aber da kommt man gar nicht hin. Interessant. Und da kommt man nur durch den Aufzug in den VIP-Bereich vielleicht? Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, was hier ist. Mal schauen. Mitarbeiterhausweis. Lokalist Nitz. Bewachungskamera. Champagne? Nice surprise. Liam Northen. Azari Zoo. Animals. Nichts. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, was mit einer eingrenren Schuss. Mal. Und Lizzie, seit ihrer Verkaufung, sie... sie ist nicht selbst. Ich glaube, das ist unmöglich. Engrams saved in der Secure Your Soul program kann nicht werden. Aber wie wichtig sind diese Edits? Significant? Sometimes... Sometimes ich gar nicht erinnern sie. Other times... Never mind. Let's have a drink. To our partnership. Oh fuck, you heard what I just heard, right? Relic. They want to do her like they did me. Not exactly. They wiped you. Here, they just want to make a backup. A backup? V, we're talking about a person. Not your vacay snaps. Guy didn't even ask. He's just going behind her back. He's got no right to do it. Nobody has that right. Especially without her knowing. Oh shit. How do I even tell her? Don't have to. Camera in there. Where there's a cam, there's footage. Bitch. Schlau, Johnny. Schlau, Johnny. Schlau, Johnny. Menace. Maches. Mies, menace, menace. Mies. 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 Kommen wir zu ihnen hoch? VIP-Launch. Ist das schlau? Mal schauen. Okay, ich glaube, das ist nicht so geplant. Was du hier machst? Neeks, neeks. Uh, hast du Champagne? Ja, und wir wollen es in der Liebe. Oh, okay. Entschuldigung, das System sagte, die Ordnung war noch offen. Ich kann keine Scheiße über dein System. Geh raus! Geh raus! Oder ich werde die Sicherheit nennen. Schade. Ich hätte jetzt... Sorry, ich muss lachen. Ich hätte jetzt gern gesehen... Ähm... Was passiert, wenn man ihn konfrontiert. Weil ich habe gerade gesehen, optional hieß dann konfrontiere ihn. Und das interessiert mich jetzt schon, was passiert, wenn man das macht. Oder ist es schlau, zuerst Lizzie anzurufen? Ne, wir rufen Lizzie nachher an. Ist es nicht so, Liam? Ich höre auf, auf YouTube. Schau, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich kann dir sagen, dass du das schreckst. Der Risiko des Schreckens muss sein, warum sie mich bezahlen. Sie und mir. Huh? Wer hat dich geschrieben? Sag mir, jetzt! Oh, noch hier! Lizzie? Ich weiß, was du? Du kennst, was du? Die, die du willst auf eine Schad, ohne unsere Werte. Sie wird interessiert, zu hören, über dieses Chat von dir. Sehr interessiert. Hey, hey, wait! Wait, eine fucking second! Listen, ich will pay you, okay? Whatever du willst, just... forgett alles du hörst, okay? Okay? Sure, maybe I'll say yes. But first, I wanna hear your why. Liam, no! Arasaka was very clear! Fuck Arasaka! I'm sure. I'm sure. I'm afraid of her. Lizzie, she wanted to go full conversion, right? Change her whole body to Chrome. She did it, but something went wrong. At first it was just little memory problems. Concentration. But now, she's changed. We all change, Liam. All the time. Usually for the worse. You don't get it. When I talk to her, I'm scared. There's something. Something in her. Shit, I, I can't describe it. It's fine. I'm not the one you owe an explanation. No, wait, wait. I'll pay you whatever you want. Just don't tell anybody. I am begging you. Meh. Still here. It's just a question, when you say, here with the eddies. Is it still here? Still here. No. So that's how you make problems disappear, huh? Throw money at them. And poof. They're gone. Afraid it won't work this time. Security! Intruder! Over here! Ernsthaft? Not again! Help me! I've been waiting for this! Toe. The cannon hurt. Ah! 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 Oh my fuck! Ahem! I wanna go more! So! Go harass someone else. We'll be getting close to him! What if we have been doing? Lissi wird jetzt angerufen vor deinen Augen. So jetzt noch mal. Das war gerade ziemlich doof. Ich bin Zuri. No. Fuck! Violence. Mission abgeschlossen. Tut mir leid, Lissi. Das ist leider die harte Wahrheit. Lante erfolgreich übertragen. Ich verlasse mich auf deine Diskretion. Nichts haben einen Auftrag. Hey, ich habe einen Job für dich. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Hey, vielleicht hätten wir nicht sagen sollen, dass es von Lissi kam. Was war das für ein weirder Lacher. Ja, vielleicht ist Lissi die nächste, die sterben wird. Ich merke vielleicht gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn er schon hinter ihrem Rücken einen Kram machen möchte, ist er bestimmt auch dazu fähig, sie umzubringen. Obwohl er hat ja Angst vor ihr. Und eigentlich macht er das ja nur, weil er sie liebt. Und eigentlich die alte Lissi wieder zurückhaben möchte. Also ja, vielleicht stirbt sie doch nicht. Aber das ist jetzt ein bisschen meine Befürchtung, weil ich gesagt habe, dass von Lissi kam. Aber ja gut. Mal schauen. Das war's aber für heute wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020